Morgen, es ist halb sieben in Deutschland. Ich muss mir erstmal hier den Euft aus den Augen raus. Weißt du, was Euft ist? Ich weiß, was Euft ist. Ich wundere, dass du weißt, was Euft ist. Wieso? Was glaubst du denn, was es ist? Weil du Euft in den Augen hast. Aber wieso wunderst du dich, dass ich weiß, dass du Euft in den Augen hast? Ja, weil du es freiwillig sagst, dass du Euft in den Augen hast. Aber was glaubst du denn, was es ist? Nee, ich sag's nicht. Die Kamera läuft, dann sag ich. Da sagst du was. Cheerio mit Sophie. Ach so, ich bin ja bescheuert. Wir fangen heute mal zum Schluss. Wir fangen heute mal mit dem Ende an und hören dann mit dem Anfang an. Wir rufen jetzt reden. Ja, es ist wie mit dem Hochzeitsvideo, von dem ich dir erzählt habe. Weißt du, wo das so cool ist, wenn man der Braut den Ring vom Finger abzieht. Ja, Hochzeitsvideo rückwärts drehen. Ja, genau. Und im Moonwalk aus der Kirche raus. Ja, nee, ist klar. So. Fangen wir an. Ich nix kann, aber verprassen kann ich. Kennst du den Spruch? Du bist kein Fußballfan. George Best, Fußballer, sagte, die Hälfte meines Geldes habe ich für Frauen und schnelle Autos ausgegeben. Den Rest habe ich einfach verprasst. So muss das auch sein. Was haltvoll. Alter, Verwalter. Das ist jetzt, habe ich jetzt zwölf Sekunden gehustet von dir drauf. Ich habe so einen Schleim in der Fresse. Schneid doch mal deine besten Huster zusammen. Warte mal, schneid doch mal deine besten Huster zusammen. Da war noch ein Lied draus. Okay, also fangen wir mit drei Tagen. Mal gerade die Mikrofone aus. Ich sage dir ein bisschen was und der Marc dann auch. Hallo, 1, 2, Soundcheck. Ich bin der Marc. Klingt erstmal komisch im ersten Moment. Ist aber so. Ist aber auch komisch. Servus, Grüezi und Hallo zu einer weiteren Folge von Schokie-Panocchi-Daily, eures Angeberwissens-Potenzials-Erweiterungsportals. Das ist ein Wort, das müssen wir mal irgendwie aufschreiben. Jetzt haben wir aus Versehen einen Film gemacht. Ist auch blöd. Ja, ich wollte eigentlich auch Foto drücken. Aber irgendwie, ja, das ist der Daniel. Jetzt muss ich spontan das erzählen. Und der Daniel hat gerade sich einen Stift ins Ohr gesteckt. Und ich bin der Sashi. Und wir machen hier gerade, haben wir einen Drehtag bei Schokie-Panocchi. Was ist das? Und eigentlich wollte ich ein Foto machen, aber jetzt ist es halt ein Video geworden. In den Take-outs, da kannst du das schön verwenden. Deine Take-outs heißen, glaube ich, Outtakes eigentlich. Wie auch immer. Wie heißt nochmal dieser Bart? Vollspartaner. Vollspartaner! Ja, lernt man bei uns bei Schokie-Panocchi-Daily. Hier, ab 1. August, Schokie-Panocchi-Daily auf unserem Kanal zu sehen. Ja, wir sind gerade am Drehen. Ja. Cheerio mit Sophie. Danke schön.